Auch die Löwen kennen die Taktik ihrer Beutetiere. Sie müssen sich etwas einfallen lassen. Hier lauert ein Meister der Pirsch. Weder Antilopen noch Zebras bemerken ihn zunächst. All seine Mühe war umsonst. Fünf von sechs Mal setzen Löwen vergeblich zur Jagd an. Ein erfolgreicher Versuch, hier in Zeitlupe aufgenommen. Ein faszinierendes Schauspiel. Dass Zebras aber auch dann durchaus noch eine Chance haben, zeigen diese Bilder. Erstaunlich, dass sie von solchen Verletzungen genesen können. Dieses Tier wird nie wieder so aussehen wie früher. Seine Feldzeichnung hat sich verändert. Eine große Wunde ist abgeheilt, die Streifen aber passen nicht mehr richtig zusammen. Solche Blessuren sieht man an vielen Tieren. Auf der Suche nach der fettesten Weide wandern die Zebras in der Trockenzeit in großen Herden durch die Savanne. Sie fressen, was andere stehen lassen. Das erste Rauhgras ebenso wie alte Strünke. Das ist wie Rasenmähen. Zarte Triebe können rascher nachwachsen. Und damit ist die Weide für die Antilopen vorbereitet, die nur weicheres Gras fressen. Obwohl die weite Eturscha schon recht trocken ist, wird Wasser für die Wildtiere eigentlich nie zu einem Problem. Millionen Liter lagern tief unten im Kalksteinbett der riesigen Senke. Sie speisen Brunnen und einige Quellen sprudeln auch in der trockensten Zeit. Aus ihrer Nahrung können Zebras nicht sehr viel Flüssigkeit gewinnen. Deshalb müssen sie wenigstens einmal am Tag trinken. Zum Wasserloch und beim Weiden führt die erfahrenste Stute ihrer Familiengruppe. Der Hengst gilt trotzdem als Oberhaupt. Innerhalb der Gruppe sind die Bindungen sehr eng. Am erstaunlichsten die zwischen Vater und Söhnen. Sie ist so stark, dass er die jungen Hengste auch dann nicht vertreibt, wenn sie schon alt genug für eine eigene Familiengründung sind. Allerdings kommt das nur selten vor. Von Oktober bis März in der Regenzeit also, zieht es die meisten Zebras in den westlichen Nationalpark. Große Teile der Eturscha Senke sind dann überflutet. Mit Antilopen, Giraffen und anderen Savannenbewohnern durchstreifen sie dieses etwas üppiger bewachsene Randgebiet. Erst wenn dann die Senke langsam wieder austrocknet, wandern auch die Zebras wieder ostwärts. Brunnen und andere künstliche Wasserstellen bereiten den Tieren im Nationalpark vor allem während der Trockenzeiten bessere Überlebenschancen. Doch dieses Wasser brachte ihnen nicht nur Gutes. Viel zu viele Zebras kamen gut über die schlechte Zeit. Das karge Weideland von Eturscha kann sie gar nicht alle ernähren. Etwa 10.000 Zebras gibt es hier. Und die Nationalparkverwaltung muss nun die Aussiedlung von etwa 1.500 Tieren erwägen. Bei ihren Wanderungen zu besseren Weidegründen bleiben die gestreiften Vierbeiner natürlich nicht nur unter sich. Gnus und Springböcke leisten ihnen Gesellschaft. Nahrungskonkurrenten sind sie nicht. Jede Tierart frisst andere Gräser. Jetzt haben die Zebras auch eine eigene Eskorte. Gabelschwanzdrongos heißen diese kleinen respektlosen Gesellen. Eigentlich sind sie auf die Insekten aus, die von den Hufen der Zebras aufgescheucht werden. Am praktischsten ist da natürlich ein Plätzchen mit Übersicht. Das Schwanzschlagen nehmen sie dafür in Kauf. Guten Tag! Die Drongos sind nicht die einzigen Plagegeister der Zebras. Zecken und allerlei anderes Kleingetier jucken und zwicken. Dagegen helfen nur ordentliche Staubbäder. Aber nie sieht man alle am Boden, immer halten einige Wache. Zebras verwenden sehr viel Zeit für die Körperpflege. Durch das Putzen wird die Haut gesäubert und massiert. Unerreichbare Körperstellen pflegen andere Familienmitglieder. Das festigt die Beziehungen untereinander. Ernsthafte Kämpfe gibt es zwischen den Hengsten nur um eine junge Stute. Wenn sie heiß sind, haben sie bald mehrere Bewerber. Solche Zwistigkeiten gleichen aber oft eher einem Ritual. Gefährlich wird es erst, wenn die Gegner scheuen und mit den Vorderhufen zuschlagen. Bis zum Tode, aber kämpfen sie nicht. Die Stuten bringen rasch ihre Fohlen in Sicherheit. Auch sie sind wehrhaft. Will ihnen ein fremder Hengst zu nahe kommen, wissen sie sich zu helfen. Die jungen Hengste lassen sich auf den Händel miteinander ein. Bei ihren Kampfspielen geht es darum, den Partner zu zwicken, ohne sich selbst zu entblößen. Deshalb dieses abwechselnde Schützen und Wegnehmen der Vorderbeine und das Einknicken im Handgelenk, wenn der Partner angreift. Diese Spielerei hat auch eine ernste Seite. Es bereitet sie auf die Stellung als Familienoberhaupt vor. Sie üben sich für die Zeit, da sie selbst für ihre Stuten kämpfen müssen. Sie üben sich auch weiterentwickeln. Das passiertet es weiterentwickelt. Sieasyśkeren, blößen sich für die teenage, oder so weiterentwickelt? Der Kampf endet wie gewöhnlich, der Verlierer trottet davon. Bei der nächsten Gelegenheit werden sie wieder ihre Kräfte messen. Nur die kampferfahrensten und temperamentvollsten können später eine Herde zusammenhalten und vor fremden Hengsten schützen. Dunkle Wolken kündigen die Regenzeit an. Bald werfen auch die meisten Zebrastuten ihre Fohlen, denn die Zeit der fettesten Weiden bricht an. Den Regen lassen sie still über sich ergehen. Die Ohren vorsorglich etwas nach unten gezogen, damit das Wasser nicht hineinläuft. Fast über Nacht sprießt jetzt frisches Gras. Wenn die Stuten ausgiebig weiden, haben sie auch viel Milch für ihre Fohlen. Es ist März und die großen weidenden Hirden zieht es wieder zur Etoscha-Senke. Überall gibt es Gras in Hülle und Fülle. Und gelbe Blumen, wo sonst alles trist und eintönig erschien. Die Savanne ist kaum wiederzuerkennen. Jeder hier genießt auf seine Art die frische Pracht. Wo verschiedene Tierarten in einem Lebensgebiet vorkommen, scheinen sie auf vielfältige Weise Nutzen aus diesem Nebeneinander zu ziehen. So sollen sich das Hörvermögen der Zebras und das Sehvermögen der Giraffe auf ideale Weise ergänzen. So, dass es unmöglich sein soll, sich ihnen unbemerkt zu nähern. Zebra-Fohlen kommen früh am Morgen zur Welt. Dieses wird etwa eine halbe Stunde alt sein. Es ist noch ziemlich wackelig auf den starksigen, unbeholfenen Beinen. Aber es hält sich tapfer. Eine Stunde später ist es völlig trocken und kann der Mutter folgen. Das ist lebenswichtig für Zebra-Kinder. Denn sie müssen laufen können, um ihren Feinden zu entgehen. Und sie haben viele Feinde. In den ersten drei bis vier Tagen vertreibt die Mutter jedes Lebewesen aus der Nähe ihres Fohlens. Auch die Stuten der eigenen Familie. So lange braucht das Kind, die Mutter genau kennenzulernen. Es würde sonst auch jedem anderen Lebewesen folgen. Später gestattet die Stute dann Verwandtenbesuche. Fast zwölf Monate lang war die Stute trächtig. Während der nächsten Woche wird sie sich wieder paaren. Bis an ihr Lebensende kann sie Jahr für Jahr ein Junges gebären. Sieben Monate lang säugt sie ihr Kind, dann wird es entwöhnt. Die erste feste Nahrung nimmt es übrigens schon mit einer Woche auf. Spielen gehört zum Zebra-Leben wie Grasen und Trinken. Wenn es in der Familiengruppe zu wenig Spielgefährten gibt, dann ist das für Junghengste ein gewichtiger Grund, sich anderswo Freunde zu suchen. Sie bilden dann recht ausgelassene Junggesellentrupps, die in den Herden für allerlei Wirbel sorgen. Dieses Fohlen aber hat noch Zeit bis dahin. Sobald sich die neue Regenzeit ankündigt, wird es mit den anderen Zebras hier in den westlichen Teil des Nationalparks ziehen. Es wird seine Zebra-Verwandten auch die Bergzebras kennenlernen und erfahren, dass im Leben eines Zebras kein Tag dem anderen gleicht. Zwar wird ihm eine immer wiederkehrende Palette ähnlicher Anforderungen abverlangt. Rivalen sind zu schlagen und tödlichen Gefahren ist zu begegnen. Doch wenn es Glück hat und wendig genug ist, kann es dabei 20 Jahre und älter werden. Selbst viele Kinder zeugen und auf diese Weise für den Fortbestand der Steppenzebras von Etosha sorgen. Die Verwandte Oh, 50-50, Vina. Moderne boogjag, sagt Pertamesi, verdienen keinen Respekt, denn wo ist die Wahrbarung, dass die Proe so genadig moendlich durchgemacht wird? Die Debatte hat eine neue Vlam mit der boogjag von Leos und die Ooskamp, so wie hier die Foto weist. Well, they can breathe a lookalock. And the lookalock is going to have some value in showing people, so look, this is, there was something like this, it isn't there anymore. Goeie naand, welkom bij 50-50, wat vanavond een beetje korter is als gevolg van die Britse Golf Ope. Voor ons wegval iets interessant oor Boomplant Dag, wat op die 9de Augustus is verjaard. Dis is een plakaat wat verjaard, saam met Boomplant Dag verskyn en wat nou beschikbaar is. Nou kan die vraag, praat ons nou van Boomplant Dag of Blomplant Dag? Wel, die antwoord is heel eenvoudig. Dit is blomme van bedreigde boomsoorte in Suid-Afrika. En as die mensen nou kijk, bijvoorbeeld daar is die wilde mango, die silverboom, die transvaalse rooie klapperbos, die kaapse kreepelhout en so meer. Prachtige plakaat. Mensen versamel die goed, en die kan dit kry by die departement, bosboom en waterwese, ook by plaatselike overhede en ander plekke, opvoedkundige instanties en so meer. Goed, vanavond die eerste bijdrage. Hulle sê my ons die mensen slimmer as die wilde dier. Daarom kan hy alleronder plannen uitdink, om sy proe in die handen te kry. Sy vroegste jachtwapen was sinne maar een klip gewees, en toe kom een stok, en die spies, en die peil en die boog, en toe die geweer. En so die jachtwapens oor die eeuwe joon, meer akkurat en meer doordig graag. Maar hier, in die moderne eeuw, maak die peil en die boog nou, weer sy verskijning as die jachtwapen. En in baie kringen, word die gebruik hiervan, baie sterk vrachtig. En so zet Eelof, het is een bykie gaan rondsnuffel, in die verschillende jachtkampen, en ek wil u net daarop attent maak. Daar kan toneel in die rebuidraaf wees, wat die meer sensitieve kijker kan ontstel. Baie Zuid-Afrikaners weet van die boosmans, en respecteer hulle veldkunds. Die klein mensies moes van kleins af leer, hoe om in die veld te oorleef. Hulle weet net hoe om tot nabij een bok te kruip, so dat hulle met hulle primitieve peile en boe kan raak skiet. Moderne boogjacht, sê partijmense, verdien nie soveel respect nie. Die etiek van jacht oor die algemeen vandag, leed daarin, dat die prooi so genadiglik, moendlik doodgemaak word, met een wapen wat so doeltreffend is as moendlik, en door een jachter, wat elke geskrewe en ongeskrewe wet van die veld naakom. Nou is daar in die eerste plek bedenkinge oor die vermoe van die boog en die peil, en in die tweede plek, oor die gesintheid van die boogjachters in die algemeen, en mense wat boogjacht op hulle plaas het toelaat. Die boogjacht van leeuws in die kaap, soos wat hierdie foto weis, was genoeg om die teenstanders van boogjacht van vooraf kwaad te maak. Mediaberichte was vol van besware oor wat hier gebeur het. Daar is gesê, die leeuws is oud circusdure, is maak, en word in kampies geskiet. Ene groep het het selfs geblikte leeuws gedoop. Daar was net een meneer om uit te vind wat aangaan. Ek moes maar die pat vat na die plaas van meneer J.P. Kleinans toe op patentie. Die boogjacht van leeuws in die kaap is heeltemaal wettig, en word met die volle samenwerking van Kaapeland natuurbewaring gedoen. Jaap Prinsloo, hoofd van wetstoepassing in die Ooskaap, sê die eenaar het die nodige permitte vooraf by hulle gekry. So die saak is reg. Hierdie hoofddirektorat kan nie bekostig, dat met hierdie hoogsensitieve saak, soos leeuwjacht, iets hier verkeerd kan loop nie. Dit is eerstens een gevaarlike dier. Dwedens is hier so Amerikaners, Mense van Europa af wat hier so kom jacht, Suid-Afrika kan nie bekostig, dat in hierdie type jacht, iets hier verkeerd loop, en dan moet hierdie slechte naam oorgedra word, terug oorseen nie. Om die leeuws een billike kans te gee, vereis Kaapeland natuurbewaring, dat die jachtkampen groter as 200 hectare moet wees, dat leeuws nie binnen 200 meter van een voertuig afgeskiet word nie, en dat die jacht onder toesig van een natuurbewaarder gebeur. Jaap Prinsloo sê, dis nie mak leeuws die nie. Maar ons het nogthans ongewapen, op ek al uit die kombi geklim, en tot 200 tree van een troppie wille leeuws geloop. Dit het my laat wonder, of die leeuws dan nie tenminste mens gewoond is nie. Meneer J.P. Kleinans sê, daar bestaan geen soe ding, soos een mak of mens gewoonde leeuw nie. Definitief nie is geen mak leeuws op hierdie plaas nie. Daar bestaan nie soe ding, soos een mak leeuw nie. Waar krij jy jou leeuws vandaan? Die idee is leeuws, ek het my ee teelprogram, ek het leeuws aangekoop, surpers dier die land, maar van geen, allemaal van wildparken en van plaas af. En ek het my ee teelprogram op jouw huidige oomlik, wat in die toekomst, hoop en ek sal help, om die vraag te voorsien. Die leeuws kan hulle eie kos jaag. Daar is een trop springbokke in die leeuwkamp en tussen hulle selfs een skaars, swart springbok. Nochtans word die leeuws een keer een week donkiefleis gevoel. Die kritisie sê, die feit dat hulle kos by mensen kry, maak van die leeuws een makkelijke teiken, want hulle associeer die mensen met kos. Om die jacht er verder te bevoordeel, loop een van Kapland natuurbewaringsbeamptes met een zwaar kaliber geweer saam as iets so verkeerd loop. Hierdie is deel van die vrug van meneer Kleinans sy eie leeuwteelprogramm. Die welpies in die kamp, sê hy, is door hulle maas weggegooid. In die natuur sou hulle gesterf het. Maar vir meneer Kleinans is dit een benutbare bron. Die welpies word gevoer en gedokter tot hulle kan terug in veld toe. Op vier, vijf of sesjarige ouderdom kan hulle ook miskien met een boog gejag word. Word die leeuws dan nie van kleintijd af mens gewoond nie? Meneer Kleinans sê nie, hy laat die minimum handhantering toe. Die kroos sou ek eerlik nie as wild kom beskuld nie. Hulle het glat nie omgegeer dat ek hulle een bykie trotel nie. Die hele jacht word so ver as moendlik gedoen dat het die meeste opwinding aan die jachter ook verskaf. Die gevaarsituasie is wel daasel waar ons aan die jachter back-up moet gees, as ons al sê, met gewere. Indien dit sou nodig is, maar so ver was nog nooit nodig nie, die jachters het al hulle leeuws self doodgeskiet met die boog. Jy word van onethische jachtverskoudig. Ek weet nie wie die ethische normen stel, wie praat van ethische regels nie. Maar dat kan ek vir jy sê, ek is selfe jachter, ek sien toe dat het nie van voertuig gejag word nie, het word met die voet gejagd. En alle ethische normen so ver, aan my bekend, word steng nagevolg. Dit is nie nie die ethiek van boogjagd van leeuws, wat hier ter sprake is nie. Dit is boogjagd oor die algemeen wat onder die skoot kom. In die eerste instantie is daar twyfel oor die vermoe van die wapen. Daar is onzekerheid oor die diersoorte wat gejagd mag word. En dan is daar kommer oor die motivering van sommige van die boogjagders. Daar is boogjagders wat videomateriaal saamstel om te wees wat hulle kan doen. Die beeldmateriaal op hierdie band is afgeneem in Noord-Transval waar boogjagd wettig is. Die jachter is Dr. Kerry Simons, een Amerikaner, geloof een van die beste boogskitters. Boogjachters gebruik skuilings sowel as die oopveld om hulle prooi te vind. Die vlakwark by die watergat is skaars een klipgooi vanaf die skuiling. Go, this is Kerry. Do you read me? Stand by Kerry. Yes, uh, Nico, I just shot a warthog here. Do you get a good evening? I don't think you will. I don't know. I think he may have gone 20 yards, possibly 30. Okay, I'll be there just now. Okay, good. See you there. Okay. It's not a, it's not a male. It's a female. But, you know, I just couldn't pass it up. She looked at me with those big golden eyes and said, I bet you can't. And then you could, eh? But I could. No, yeah, there was nothing wrong with the accurate of his skoot and the trefkracht of his peil. He couldn't. So, I guess there was a modern thing. in die rande te koop ist. Um es gut zu können, sitzt nicht in all seine Brücke. Ich strecke die Snaar, vergehebe von der Pfeil. Ich strecke die Rissi da so. Ich strecke die Rissi da so. Dirk konnte man einfach eine Kohlschot schieten. Ich soll hier viel mehr mit oorfen. Ich werde die Kohl hier. Wenn ihr von mir die Wut kann rauskennen, dann ist ihr gut. Ich schaue die Pfeil für euch da in. Ich strecke die Rissi da so. Nein, vergehe die Pfeil. Hau nicht an die Snaar vast. Ich strecke die Pfeil auf die Snaar. Hau die Pfeil even in Skyns und dann trecke ich ihn so ver so wie ihr kann rauskennen und korrel für die Teiken. Jan Groewe leue Menschen als Pfeil auf. Seine Studenten und die Professionelle Pfeil mit wei te machen krieg, ist er nicht Robin Hoods. Ein Pfeil ist ein Mann, die eine andere ethische benadering hat als ihr Pfeil. Ethik ist ein Ding, das man sicher lange kann sprechen. Es ist ein ungeskreuwe Reel. Nun, ein Ungeskreuwe Reels wird gestell durch die Gewehrjachters oder die Boogjachters oder die Handwapenjachters oder die, die mit Slingerfelle will jagen. Aber es gibt ihr die Gelegenheit um zu wählen wie sie will jagen. Als sie Wapen effektief genug ist, dann, und wir können sie dass sie effektief genug ist, geben sie die Chance dass sie kann jagen wie sie will. Wir spielen nicht auf die Neue. Wir können sie wirklich effektief durchdrehen mit die Boog. Daher ist ein Mensch das sie zu geben, dass ein Pfeil und Boog einiger Zeit nicht so akkurat kann sein wie sie ein Gewehr. Damit hat sie nie Probleme nie. Aber mit die manier wie sie die Pfeil die Pfeil doodmaak, damit hat sie ein Problem. Die Ding, die 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 doodmaak, ist die area, die Grote von die Wond. Je weet, hoeveel Vesels hat sie vernietig, hoeveel Senewees hat sie vernietig, das ist die Dinge die wichtig ist. Die enige Medikus die Wondarea ist von der Und als wir eine vergleichung treffen, ist an die einen Kante Pfeil und Boog und die andere Kante ein Vierwapen. Und wir nehmen diese Dinge, die ich für Sie gesagt in die Anmerkung, dann ist das kein Zweifel, dass die Vierwapen mit das sie Kuh, was eine die Methode, die ein Mensch behoor zu Benut als ich Ein Bob auf die Vierwapen zu bewegen. Und ich hiervon schreibe ich ein Pfeil und Boog und das für mich ethisch nicht eine in die Aber Dirk von Staden sagt wieder, er kann die Teendeel beweisen. Man hat hier zwei beiden gepenetreerd recht dier an die kant. Unde die oude dame, die oude technologie so dit nooit kon gebeurde. Maar dan weer geen jachter mik sommer so na die richtstring nie. Jy mik na die blad en om het doodskoot met die peil in boor te kan schiet, moet jy naber an jou prooi kom. Die boor kan nie so ver soos die geweerschiet nie, maar da's aller ander tricks om naber an a prooi te kom. Johan Gorwee gebruik speciale kleren en grimmering om te camoufleer. Hy was op soek na een blisbok en vir die koolskood moes hy tot dertig tree van die boeken afkom. Die Schlag war die Schuhe verhärte kurz und die Bleusbock hat weggekommen. Die Gegenstand gegen Boogjag hat die diepste gesetzelt und da die Unsekerheit und die Vermohe von so Boogjagter um so ein Boog die Doodschuhe zu geben. In Südafrika ist da noch noch unvolle Studie in die Verband getan. Die Natalse Parkenraad hat in 1982 wel Studie gedoen, wobei drei verschiedene Boog vergleichen mit drei Kalibers Gewehren. Hulle het bevind dat met boogschiet soveel as 32,7% van die wild gewond is, terwyl Gewehrjag slechts 7,9% van die wild gewond het. Toegegehe, hulle het nie van professionele Boogjagters gebruik gemaakt nie, maar hulle weet van Amerikaanse studies, waar Boogjag 1,5 keer meer dieren verwond het as by Gewehrjag. Betekent dit dan nou, dat des nie tenstande die potentiehal van die Boogjagtersse wapens, hulle net nie vaardig is nie? En wat van die dieren wat in die proces gewond word, dit sê Johan Groewee, is nie probleem nie. Die wonde wat die peile nalaat, is nie veel erger as die steekwonde wat partij dieren in gevechte opdoen nie. Enige mens, as jy met een skerp lemmikie of mes snui, voel die mens dit. Ek is seker, jy het al jouself, as jy nie kom buiswerk met die skerp mes gesnui, op jy vinger. En jy kom jys later achter, as jy die bloed sien. En jy kom nie dadelijk achter, jy het jy gesnui nie. Voor Boogjag het jy permit nodig, en die permit verbied die skiet van sekere dieren. Lambies Lambrecht van Transvaal Natuurbewaaring sê, daar is goeie rede vir die permit, van die boogjagter het sy beperkinge. Ek dink nie dat ons weeselik meer beperkings het, op die jagd van wild met boog, as wat enige ander plek die geval is nie, en ons het bepaald nie meer beperkings denk ek, as wat nodig is nie. Die enigste beperking wat ons wel plaas, is om seker te maak, dat die wapen wat jy gebruik, namelijk jou boog, wel in staat is, om die dier wat jy jagd, effectief te dood. En daar is sekere dieren, wat ons op hierdie stadion nog bedenkinge oor het, of hulle wel effectief, dier die deursnee, of commissie dier die gemiddelde ervare boogjagter, gedood kan word. Maar boogjagters sê, hulle kan enige dier plattrek, leeuw, luipert, rinoster, buffel, en selfs olifant. Natuurbewaaringsoverhede verskil van mekaar, oor wat er wild so gejagd mag word. In Transvaal word roofdieren, dieren met dik velle, en waterlevende dieren, teen boogjagters beskerm. In die kaap kan selfs dieren, soos leeuws, door boogjagters geskiet word. In natal kan boogjagters die meeste boksoorte, vools en vlakvarken skiet. En die vrystaat is oormit net nodig, as die boogjagter beskermde wil, soos wittere noster, seekoei, en swart wit pens wil skiet. Lampies Lamprecht praat van die gemiddelde ervare boogjagter. Wie is dit? Hoe meet jy sy ervaring? Amerikaanse boogjagters moet een vaardigheidscertifikaat van hulle beheerorganisatie, Safari Club International, verwerf. Maar as hulle hier kom jag, hoef die certifikaat nie als bewys voorgeleid te word nie. Dirk van Staden erken, hy toets sy boogjagklienten op een baie informele manier. As ek vat om na ons baan toe, daar buiten waar ons skiet, en ek probeer soveel druk as moeilik op om uitoefen. Ek sê vir hom, hoe kan ons jou loslaat voordien, en my kan oortuig, dat jy werkelijk waar varnuftig genoeg is om te gaan skiet. En dan krij ek een idee hoe goed hy skiet, en is het werkelijk waar iemand is wat baie min gebeur, wat deeltemal een gemalsmaak daarvan. Dan laat ek omskiet hier so, en oefen, en ek help om my boog in te stel, totdat ek oortuig is, dat wat hy gebruik, sy peilingboog, en hy self, goed genoeg is om te gaan jag. Wat sy jy doen, as jy sien iemand kan nie skiet nie? Ek dink daar as ander metode is, wat ek kan aanwend om, om heel waarschijnlijk eerder van die wild af te weerhou, as om om net botweg te sê. Luister, jy kan nie gaan jag nie. Boogjagorganiseerders, glo dat nie in die certificaten en registratie nie, maar Lampie sê, dis dat al meneer wat ons het om dit te kan beheer. Hy wil nou die certifisering van boogjagters en jagorganiseerders, sommer baie baie gulp verplicht moet maak. Ons is stans bezig om ons beleid, ten opzichte van boogjag, totaal te hersien, en na sy besluste moendlikheid, laat ons, een of ander vorm van evaluering, van sowel die tleend, wat van die buitenland afkom om met die boog te kom jag, as van die plaaslike beroepsjagter, wat daar die tleend begeleid, te onderwerp om zeker te maak, dat daar die tleend, en die Zuid-Afrikaanse beroepsjagter, wel degelijk onderleg is, in al die beginsels ten opzichte van boogjag. Maar Tony Ferrer sê, dis nie waar jy begin, om die ethische regleine verboogjag neer te leenie. Ik denk dat we geen, dat we niet proper ontwikkeld hebben. Ik denk dat we die moeten ontwikkeld hebben, of die ontwikkeld hebben. En de enige manier waar we dat gaan doen, is om een specifiek gespeeld, program, om te testen die beroepsjagters, die boogjagters maken, voor hun hardware. Ik denk dat het nodig is, voor de professional hunters' group en de group die representen de animal-minders, in andere words, de nature conservation departments, en zo'n, to get themselves together en define die ethiekse on de basis van real information en niet claims taken from the northern hemisphere of from stuffed animals of from however else they've done them. We want real field testing so that we can talk from the basis of real information. Until you develop or define a code of ethics, what do you do in the meantime? Do you allow bow hunting? I think you slap a ban on it. Except, where they set up specific circumstances to test the effectiveness of it, in order to develop those ethics. The DBV stem sang. Hulle nationale raad keur jag in beginsel af en het daarom nog groter weerstand tegen boogjag. en ons voel dit is immoreel om, eh, om te jag met een peil en boog. Die tijd waarin ons lewe, moderne tijd waarin ons lewe, dink ek is daar, as ons dan wel een dier van kantpoed maak en jag op so'n manier as dit nodig is, dink ons, daar is een baie en meer wetenskapelike manier en meer doeltreffende manier om een dier van kant te maak. Daar sneer kits antwoord vir die vraag of boogjag ethisch rechtverigbaar is of nie. Natuurbewarings overredes sê, boogjag is maar net nog een ethische vorm van bronbenutting. Natuurbewaringsorganisaties sê, die ethiek leie in die jachters self en die optrede van die jachtorganisaties. Die boogjachters sê, die ethiek is in die rendeel van die wapens en die jachttechnieke wat hulle volg. Misschien is die toets dan maar dat elke skoot een doodskoot moet wees en dat die jacht voorby is die oomlik wanneer jy na jou prooi korrel. Het sy met een geweer of met een peil? Maar het is nogmaa is When it comes to girls en boys, they tend to do things er, differently. Which is why cuddlers have designed separate boy and girl disposable nappies in medium and large with extra absorbency in the right places new boy and girl disposable nappies from cuddlers. Because girls will be girls and boys well boys. As most of us know, this animal, the quacher, became extinct at the beginning of the century, and that was as a direct result of man's actions. This, together with the extinction of the blue buck and the cape lion, will remain an indictment against us for allowing it to happen. But a few years ago, a scientist made an astonishing claim. He said, all is not lost. A project was started a few years ago to re-breed the quacher. Well, we screened a report on this at the time, but what has happened subsequently? Belinda has the story. About 200 kilometers outside of Cape Town is the Frolicate Nature Reserve, just outside of Robertson, and it's here that a breeding program is currently underway. The objective of this breeding program is to try and bring back the extinct quacher. The quacher got its name from the Hottentons because of its kind of quacher bark. It's striped on the forequarters, like our ordinary zebras, but the hindquarters look more like a chestnut donkey. Now, it's difficult to prove, but there are suggestions that the quacher was not a one-off species, but in fact a member of the horse family, which underwent a process of evolution. This, let's call it an academic venture, started when Mr. Reinald Rau, a taxidermist at the South African Museum in Cape Town, was mounting an old skin of a quacher foal. Musing over an experiment conducted 50 years ago, he set up a scientific committee to study the evolution path of the quacher and to look into the possibility of doing a similar experiment. But just how do you study an animal which has been extinct for almost a century? The only living close relatives are, of course, horses, donkeys and zebras. But just how different is the quacher from, say, a zebra? Dried blood and muscle tissue were removed from the quacher skin and sent to the University of California, where it underwent DNA analysis by three American scientists. The DNA molecule contains an animal's family history, as it were, in code form, in which four bases are arranged in a particular order. The arrangement of these four basic elements will determine what the end result will be, either a mouse or a quacher. A comparison between the DNA of Birchley's zebra and the quacher revealed that it matched almost perfectly, but for one symbol. But the experts say that the age of the sample could have influenced the result. On the strength of this test, they argued that the gene pool for producing a real-life quacher must still be here in South Africa. For them, it was simply a matter of matching animals with the right potential in a breeding program. The project really got going when the first nine animals arrived at Frullocate in April 1987. The Frullocate Nature Reserve was chosen as a breeding site for a number of reasons. Apart from the ideal climate, it's also in an area known as the Bar Valley, well-known for the breeding of racehorses. And it's this that would have provided the ideal veterinary and medical backup. In early 1987, a number of large paddocks were built for the animals, but it was in March 1987 that the breeding committee actually went out to capture selects of zebras. Over the next few years, animals from as far afield as Zululand and Etosha were caught for the quacher project. They carefully selected only animals that potentially carried the correct genes. That meant animals had to have very light markings on their hindquarters. But this was not the only criteria. The dark brown shading was also a factor considered. The project was at first met with some scepticism in certain circles. It also stimulated a lot of interest among scientists and conservationists alike. Once they realised it was not just an idea, information about the whereabouts of potential breeding stock started coming in. Then it was just a matter of roping them in. Of course, a lot of respect was given to the safety and care of the selected animals. The captured teams carried out the operations in the most humane way possible to minimise the stress of the animals, a factor responsible for most deaths during a game catch. Remember, history was in the making. Once the zebras were delivered safely to Frillacate, they were left alone to get used to their own environment. All they had to do now was to breed, eat and breed again. From the project's humble beginnings in 1987, they had the birth of the first foal in December 1988. 8. Joxie, unfortunately, didn't show much of reduction in her striping. The second foal died because of natural causes. The third foal, Emma, was born also without much reduction in her stripes, but then she was also used to breed for colour. And the fourth foal is where scientists really got excited because now she, Raina, had a marked reduction in her striping. The Quagga project also generated a lot of interest amongst the international scientific community. Even the renowned Professor Rufus Churcher, a Canadian scientist, ventured out to Robertson to witness this historic event. I think this one is quite unique. It is a unique programme because we are trying to bring back an animal that is effectively gone, except the genes are still around. The Poles did something of the same sort before the Second World War in bringing back the aurochs, the wild ox of Europe, from the more primitive breeds of domestic cattle. It's the same sort of thing. We're trying to select genes and thus confirmation of an animal. It isn't around at the moment, but we believe it's still in the populations that exist. With the project established and having had limited success, hopes have now been raised that the Quagga could in fact be rebred. But let's say this does happen. What then? Dr. Kluver, head of the Quagga breeding project, feels that it is more than just a pipe dream. Once we've reached that stage, I think we will have crossed a threshold, as it were, in the whole undertaking. And what we would like to see there is at least a reserve set aside for these animals to live in and to continue to breed. In that sense, they will be a new resource for humanity in the highest sense of the word, really. We would have put something back into South African and in fact into world fauna, something which has disappeared and which is now, in a way, being brought back again. Not recreated, but just brought back. An aspect that cannot be ignored, of course, is whether the Quagga is truly being rebred or whether a look-alike is merely being achieved. From a scientific point of view, it's an aspect that, in all fairness, must be considered. Professor Haydenreich, also a project member, is opposed to the term look-alike. People interested in the Quagga in other parts of the world are not on the forefront with the newer developments since 1984 and many of them are opposed to the project. And I think that the work published by the Americans as well as by the South African Museum and others will, in the end, prove to people that there can be no doubt that the Quagga was, in fact, a subspecies of plain zebra and that we are on the right track. Contrary to what was expected, some of the offspring have more stripes in their parents and some have less. But scientists aren't too worried about this. Professor Eric Harley of UCT is a DNA and genetics expert and also member of the breeding committee. He's quite happy with the results. The interesting thing about the foals that we've had is that some of them are more striped than the parents. In other words, they're going in the wrong direction from our point of view. But some of them are less striped. Now, that has already told us something new. It tells us that, indeed, there's a lot of variation in the genes and the bi-selective breeding. We can either concentrate the effect in whichever direction we like, though we have to allow a chance to produce either more striped or lesser striped species. So having already achieved some animal progeny from our breeding stock, which are lesser striped than before, it suggests that the project should be successful and that by continuing this process, we should, indeed, end up with an animal sufficiently unstriped to be able to have all the characteristics of the original quacker, at least in terms of the striping pattern. The extinct quacker evolved over thousands of years in the Karoo with its harsh environment. The fact is that various things caused the quacker to change its diet and its look so that it could survive out there. Because it did adapt to its environment, it did manage to survive, until man came along. The virtual zebra prefers grasslands. Would a grassland animal, bred only over a period of decades to look like a quacker, learn so quickly to survive in the Karoo? Rufus Churcher thinks it is possible. After all, he says, the Przalski horse and the European oryx were also once extinct. They have now been rebred and are doing well. What this program will do, if it's effective, and I expect it to be so, is to produce animals that are ecologically similar to quackers, at least in colour, and then if you introduce them into areas where you've got zebras and where the quackers were, presumably they'll fill the niche and they'll look more appropriate, at least, than having a mountain zebra or a common zebra there. At the end of 1990, another potential breeding animal was identified in the Sasselberg Nature Reserve. The mayor only had a few stripes in the hindquarters and Natriff decided she must be donated to the Frillocate project to improve the gene pool. Dr. Jaime Ebbedese of the Department of Agriculture, the former National Zoological Gardens veterinarian with many years' experience in game capture, was specially asked to coordinate the relocation project. The darting was done only after the zebra became accustomed to the presence of the vehicles so that it wasn't necessary to dart her while on the run and in a stressed condition. She fortunately responded well, not at all like her companions. Stress remains the number one killer of captured animals and all sorts of plans have to be made to counter this. The mayor had to be blindfolded and properly sedated for the 14-hour journey down to Robertson. Once she was safely loaded in the horse trailer, she was given an antidote to wake her up as she couldn't be transported lying down all the way. The tranquiliser that she was given would keep her calm for the long journey ahead and prevent her from injuring herself. We used a drug called etorphine, commonly known as M99, which is a morphine derivative and it's highly effective in zebra plus a tranquiliser. It's the most important immobilising drug used for antelope and for zebra. But sadly, the journey wasn't even half completed when the team discovered near Colesburg that she had died despite all the careful precautions that were taken. The sad news only reached the breeding committee the following morning. This stroke of bad luck served as a grim reminder that there was still a long road ahead with a growing number of pitfalls. If they were to succeed, it would have to be done in the face of considerable odds. Apart from the physical problems such as disease and injuries, there are also factors such as the right choice of animals to complete this genetic engineering feat, which staunch conservationists and scientists such as Dr. Neil Farrell considered to be a waste of time. Well, they can breed a lookalike and the lookalike is going to have some value in showing people look, there was something like this that isn't there anymore. But in terms of breeding a real quagha that we can put in a nature reserve and say that is a quagha, impossible. Yeah, okay. Dr. Farrell's objections were based on the fact that the committee is using data obtained only from the female strain of DNA and not the combined result of male and female. In other words, they can only be 50% correct. And it's this discrepancy that Dr. Farrell questions. Because of the differences and because we don't really know what the quagha was, we didn't have time to study it before it died out. Dr. Farrell says that nature's quagha, which was created through a very long evolutionary process, would also be genetically different from this new world look-alike. But Professor Harley differs. The point we are making is that we are not trying to recreate an extinct species. Our point is that the quagha is not extinct. Or at least, we hope it is not extinct. We believe that the only things which characterize the quagha, shown to be the same species as the plain zebra, is the characteristic color patterns, which are simply the consequence of a few individual genes. Just as a Siamese cat is not a different species of cats, it's just that a rather few, small number of mutations, in fact, really only one in the case of the Siamese cat, has produced the color patterns characterizing the Siamese cat. Another problem might be inbreeding. By isolating a few animals in a small area, you are in fact narrowing their gene pool. Research done at the Randolph-Rikans University under Dr. Hermann van der Bank has proved that inbreeding amongst family members also has its disadvantages in wild animals. The loss of genetic diversity leads to weaker animals that are more susceptible to disease. Is the death of one of the five foals so far an indication of this? In 15% van die gevallen krijg mens dat die dieren bij een jong-unnel omsterf en in 75% van die gevallen krijg mens dat die naakoming een baie minder is. In andere woorden, daar is alreeds baie groot mate van steriliteit. Maar dit wil toch voorkom alsof hierdie mense probeer waak daarteen door ook aparte experimenten te loop en uiteindelijk gaan hulle die twee verskillende rassen noem via kruis teel. The fifth foal, born in April this year, was still showing considerably more stripes than the only example of a young kwakker that we have at the South African Museum. A sure indication that a lot of wife sopping must still be on the cards for the zebra family at Vrolikate. The question to ask then, is all this really necessary? Necessary is a difficult question. Is nature conservation necessary? We say, of course, it is necessary for man's own survival because if the environment is interrupted and disturbed then it has bad effects on the continued existence of man himself. I don't know whether it is tragic in that respect whether the kwakker is gone or is back. But just for ethical reasons, since it was a mistake to bring it to extinction, we see it as an ethical duty of present day men to try and rectify this mistake now since the possibilities are given. Who knows? With a bit of luck we just may bring back the kwakker to the karu. The fact is that we should never have allowed this animal to become extinct in the first place. The attempt at rebreeding the kwakker is another lesson to man never to willfully allow the extinction of another species. They are truly just too valuable to lose. Prachtig, ook klein ding, die vir het je ne. Voor ons ons goedvat en loop vanaan een beetje inlichting oor die voel atlasproject waarvan ons al verskye kere gepraat het hier in 5050. Die nietse inlichting is dat sommige van ons roofvoels meer bedreigd word in skaarse ontkik. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.